Jens, Jens, was machst du denn da drin? Warte auf, ich rede den Kiffler. Wer hat dir das denn erzählt? Komm erst mal raus hier, komm. Wie lange hättest du denn da drin gewartet? Nein, das ist nicht okay. War das, äh, Mastel oder, oder wer? Leute, wer war das? Ich bin stinksauer. Wer steckt einen bingenden Menschen in die Mülltonne? Meine Fresse, das kann doch nicht sein. Wie unfair kann man sein? Tu das Feuerzeug weg. Jens, zeig mal, wer war das? Nein, es war keiner von uns. Der war auch kein Teil. War auch keiner. Der kann auch kein Teil, aber es war keiner von uns. Das ist nicht, Petz. Natürlich, Petz. Ich hab die Schnauze gestrichen voll. Jetzt. Hör mal deine Füße runter. Ja, da fern deine Füße runter. Alter, ich darf dir nichts machen. Du dich mal nicht auf, ist okay. Das ist nicht klappt, oder? Das ist jemand, von dem man so wenigstens am Abend trifft. Ja, das ist du, oder was? Kann ich mir das nicht sagen. Ich meine, du bist, dass ich das niemals mache. Ich bin ein Unterschulner. Ich will bis morgen Mittag wissen, wer das war. Habt ihr das verstanden? Das war aber keiner von uns. Sonst könnt ihr die Abschlussfahrt vergessen. Hey, könnt ihr mich verarschen? Warum? Einmal von den Wagen rufen, oder? Das muss uns alle sein, denn? Ihr regt euch auf, oder was? Der war's, geil. Ich hab einen Grund, mich aufzuregen. Und jetzt auch. Ihr könnt ein Tor-Opfer sein. Bis morgen erinnert euch nicht mal zwei Lachen. Das kann doch nicht sein. Das soll doch auszulutschen. Schmeckt gerade, oder was? Halt deine Klappe, Mann. Halt deine Klappe, Mann. Das dürfen sie nicht sagen. Scheiß Lehrer. Scheiß Lehrer. Hört auf zu labern. Ich weiß, dass das einer von euch war. Warum? Das sind auch die anderen Klappe. Warum lachst du? Lach doch nicht. Ist das witzig? Soll ich das mit dir machen, oder was? Komm, das ist es Freitag. Ist mir scheißegal, was das für ein Tag ist. Jetzt beruhigen Sie mich einfach. Nicht. Gehen einen Taffee trinken und dann... Ich wollte mich nicht. Nein. Was soll das? Was wollen die denn jetzt machen? Ja, die Klassenfahrt. Die Achschutzfahrt werde ich gern sehen. Ich will wissen, wer das war. Von uns keiner. Von uns keiner. Das glaube ich. Das ist bestimmt. Wie gesagt, Herr Schoß, ich bin doch in Quartung. Tu meine Gas ruhig. Ich bin ganz froh, ich bin mit dir. Komm, das ist okay. Wollen wir einfach die Tommage trinken für seine Arbeit. Natürlich, irgendwo muss man dein Leben finanzieren. Jetzt pass mal auf, bleib mal stehen hier. Ey, pack mich nicht an, Alter. Saugst du dir wieder kleine Kinder an, oder was? Ja, natürlich. Saugst du dir das Geld? Ja, wie soll man sonst dein Leben finanzieren, ja? Du kriegst es jetzt aber von der Schule. Ja, wie soll man sonst dein Leben finanzieren, ja? Nicht selber damit befist dich mehr leidiger LetztentMil Kumar Model. Ja, das war immer nach oben.